Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich deine Airpods und vor allem auch das Ladecase hier richtig reinigen kannst, wenn dieses zum Beispiel durch Dreck wie zum Beispiel Ohrenschmalz schon so zu ist, dass sogar vielleicht der Ton schon etwas leiser geworden ist. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Mit einem Tuch oder einer Zahnbürste ist das Putzen von diesen Airpods wirklich sehr schwer, da diese natürlich eine spezielle Form haben und es dadurch nicht so einfach geht. Doch ich habe hier immer noch einen speziellen Trick, mit dem es wirklich sehr einfach funktioniert. Hierfür benötige ich ganz normale Klebepads, wie zum Beispiel UoPataFix und von diesen Teilen habe ich jetzt mal sechs Stück abgerissen und diese kann ich jetzt auch schon zu einer Kugel zusammenrollen und dann kann ich damit meine Airpods schön sauber kriegen. Wie man hier recht gut sehen kann, außen ist schon etwas von Ohrenschmalz in diesem Gitter drinnen, jetzt gehe ich mal mit meinem UoPataFix Klebepad hier oben einfach drauf, lasse es mal kurz drinnen und dann kann ich es nämlich wieder schön einfach entfernen und schon sind diese ganzen Reste draußen und wie du bei meinem UoPataFix-Teil sehen kannst, hat es sich von der Form her perfekt angepasst und somit ist der Dreck hier auch schon draußen. Das selbe Spiel mache ich natürlich bei meinem zweiten Hörer jetzt auch. Einfach mal hier in dieses Gitter vorne reingehen, dann haben wir hier natürlich auch noch andere kleine Gitter beziehungsweise Öffnungen, wo man mit wirklich keinem anderen Gegenstand richtig schön reinkommt und dann kann ich auch noch hier außen einfach, wenn zum Beispiel irgendwie noch andere Verschmutzungen dort sind, diese auch mit den Klebepads ganz einfach entfernen. Anschließend das Ganze auch noch hier in meinen Ladecase hineingeben, es passt sich der Form wieder perfekt an, hier etwas noch reindrücken und schon kann ich es nämlich wieder einfach herausziehen, wie du sehen kannst, von der Form her wirklich perfekt angepasst und natürlich auch wieder außenrum beziehungsweise hier innen drin auch noch schön den ganzen Dreck entfernen und somit haben wir auch schon meine Airpods beziehungsweise auch das Ladecase hier wieder richtig sauber gemacht. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens UoPataFix neue Airpods oder auch so eine spezielle Silikonhülle hier für deinen Case kaufen möchtest, damit dieses einfach nicht so schnell zerkratzen, vor allem auch nicht so schnell dreckig wird, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste dabei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra im Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.